25 Jahre Powerhouse. Ich kann mich gut erinnern an die Zeit, als Haufe in Powerhouse eingestiegen ist. Ich arbeite wahnsinnig gern mit euch zusammen. Da sind mir einfach viele Kolleginnen und Kollegen extrem ans Herz gewachsen. Warum mag ich Haufe Powerhouse? Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein absolut starkes Programm und es macht einfach Spaß, mit diesem Programm zu arbeiten. Es ist schon sehr beeindruckend, was das Programm alles hergibt. Ich bin Fan von Powerhouse, weil Powerhouse der erste Schritt in die Digitalisierung für jeden Immobilienverwalter ist. Weil es seit Jahren einfach Spaß macht, damit zu arbeiten. Ich gehe ins Powerhouse rein und habe da alle Sachen dokumentiert, die ich für meinen täglichen Gebrauch benötige. Ich liebe Powerhouse, weil wir ein super Team haben, um unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen. Und es nie langweilig wird. Ich mag Powerhouse, weil die Begeisterung unserer Kunden mich begeistert. Weil wir Spaß daran haben, mit unseren Kunden gemeinsam das Ökosystem und die Partner zu erweitern. Weil jeden Tag eine neue Herausforderung wartet. Wir versuchen immer wieder, Neues auszuprobieren. Es hat eine Zuverlässigkeit, eine Beständigkeit, aber ist immer am Puls der Zeit. 25 Jahre Haufe Powerhouse. Darauf kann man richtig, richtig stolz sein. Wir begleiten Powerhouse zwölf Jahre. Und mit Haufe als Partner sind sie auch die Menschen, die dahinterstehen. Da ist immer eine Begeisterung zu spüren und ich bin natürlich zuversichtlich, dass es auch in Zukunft so bleiben wird. Das zeichnet das Team bei Haufe aus, dass da im Grunde man kapiert hat, dass wir nur gemeinsam Erfolg haben können. Was will der Kunde mehr? Das ist einfach großartig. Genau dieses am Kunden dran sein, das ist, denke ich, genau das Erfolgsrezept, um zu spüren, was der Markt braucht. Das hat sie auch so erfolgreich gemacht und da können sie gerne dranbleiben. Ich sage danke an unsere Kunden, dass sie uns über die ganz lange Zeit, die letzten Jahre begleitet haben. Im Schnitt haben die Anwender fünf bis sieben Jahre Powerhouse im Einsatz und das ist natürlich eine beachtliche Zeit. Danke für das immer offene Ohr, egal wie stressig der Alltag gerade bei den Kunden ist. Ich bedanke mich bei unseren Kunden für das positive Feedback, aber auch genauso für das kritische Feedback, denn das hilft uns, dass wir uns stetig weiter verbessern können. Danke für diese tolle Zusammenarbeit, diese Kommunikation, die man mit den Kunden hat. Vielleicht auch gerne mal den Dank an die Geduld, die teilweise die Kunden mitbringen mussten in Vergangenheit. Ich würde auf jeden Fall Danke sagen für die tollen Veranstaltungen, egal wo wir uns gesehen haben, es war immer eine wunderschöne Zeit. Danke an unsere Kunden, unsere Partner und insbesondere auch an unsere Mitarbeiter. Die letzten 25 Jahre haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Wir wollen mit Ihnen zusammen weiter wachsen. Und ja, Dankeschön. Auf die nächsten 25 Jahre. Alle zusammen sagen wir Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020